ein wunderschönen guten tag heute wieder bei rundum stars citizen mit eurem fexy schön dass ihr eingeschafft heute auf meinen kanal ich habe heute wieder ein stars citizen thema für euch mitgebracht heute geht es um den server mesh und den icash ich möchte euch das ein bisschen näher tragen wie das funktioniert wie CRG das implementieren möchte einfach einen kurzen überblick reinreißen wie sie das aufbauen möchten ganz cool einmal ganz locker erklärt ohne große umständlichen technischen hintergrund was noch ganz interessant ist da drüben danach möchte ich noch mal ein bisschen erzählen was wir davon haben also quality of life verbesserung was wir natürlich für eine essenz daraus haben da gehen wir auch gleich rein und darüber spranken wir einfach mal ein bisschen würde ich mal so sagen lasst uns loslegen ihr kennt das thema let's go und abfahrt gehen wir rein ich habe uns mal eine kleine sage ich mal eine kleine präsentation fertig gemacht der star citizen meshing und icash service die wir dann reinkriegen sollen mit 3.14 war es mal angedacht auf der roadmap hat sich aber leider ein bisschen verschoben bis 3.15 haben sie es ein bisschen verrückt weil die technik soweit fertig implementiert ist es auch schon so weit sie müssen es jetzt nur noch rein kriegen in den aktuellen client und in den server clients so gesehen da brauchen wir einfach noch ein bisschen da braucht sie noch ein bisschen bis es drin ist aber lasst uns erstmal überblick einfach mal hoch holen was CRG überhaupt vor hat wir haben hier so gesehen wenn wir hier unseren client haben womit wir uns dann connecten wenn wir uns jetzt zum beispiel kennt ihr ja das wenn ihr an das system rein möchtet dann hättet ihr zum beispiel connecting to star citizen könnte man das jetzt heißen dann kommt die so gesehen auf ein service mesh control panel und dieses service mesh control panel kontrolliert oder interagiert mit den ganzen instanzen und mit den ganzen icash technologien dahinter liegen so sind wir jetzt zum beispiel connected würde der client den icash abfragen der icash macht ein macht eine abfrage im back end system wo befinde ich mich zum beispiel überhaupt wo war ich zuletzt und was hatte ich alles dabei gehabt physikalisch gesehen also mein raumschiff mit den komponenten mit den laserwaffen mit den rüstungen die du anders vielleicht noch mit den waren die du dabei hast so hatte icash das gemacht für deinen account dann gibt er die daten zurück an den icash der icash weiß dann okay du bist in der stenten system und dann würde der icash stenten system die instanz das reinladen du würdest dich dann automatisch connecten in die instanz stenten system mit den mit den inventory was du hattest mit dem physikalischen inventory und genau auch da wo du dich ausgelockt hast wenn du dich auf dem bett ausgelockt hast oder wenn du dich auf der station ausgelockt hast oder wenn du dich irgendwann lokalisiert hast wenn das nicht gemacht hast was du da auf wo du das am nächstgelegenen planeten so gesehen das heißt wenn du mir selber unterwegs warst und du machst einfach aus siehst den stecker hast ein abriss dann würdest du bei den nächsten planeten respawn wurde so gesehen das letzte mal warst oder der in der nähe ist also die idee ist damals irgendwann wenn es so weit ist wenn du irgendwann diskonnect hast soll das raumschiff wohl noch bis dahin fliegen was als nächstes angeflogen werden kann zum ausdauer ob das reingang kommt müssen wir abwarten das ist noch zukunftsmusik aber so haben sie das vorgestellt natürlich ist der icash auch noch ein bisschen was anderes und dadurch können sie natürlich auch sehr 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 viel einsetzen icash hat auch noch eine koordinationsfunktion aber das kommt uns gleich mal an was ich damit meine mit der koordination und gehen da gleich mal rein also gesehen haben wir jetzt einen ganz ganz schnellen zwischenspeicher weil unser client muss jetzt keine abfragen mehr machen zum großen weiten back end system wo tausende von daten vorherrschen die immer reingeladen werden müssen und unseren klein was ewig lange dauert wenn wir zum beispiel das mobiglas aufmachen zum beispiel den equip manager aufmachen oder den vehicle equip manager dann haben wir immer sehr sehr lange ladezeiten entruckelt das immer dass sich das alles aufgebaut hat vernünftig und das würde natürlich besser werden das ist eine quality of life e-sense wie heraus ziehen würden das ist einfach viel smoother besser und natürlich schöner läuft das heißt wir können so mobiglas smooth aufmachen können zum beispiel die sachen und sein zeige ich mal unser equip manager aufmachen die das raumschiff equipen mit den komponenten oder mit der laser bewaffnung ohne dass das so und smooth aussieht das ist eine sache die sie auf jeden fall rein bekommen mit den icash das weil wir nur noch die frage die abfragen haben mit den sachen die physikalisch vor ort sind das heißt zum beispiel wenn wir irgendwo im stenten system sind wir sind zum beispiel auf elvis harver und da haben wir nur bestimmte anzahl an raumschiff vielleicht haben wir da nur ein raumschiff das heißt sie macht auch nur die abfragen die wir wirklich auch da haben an raumschiffen an komponenten und nicht an das back end system wo wir vielleicht alle unsere sachen haben die muss man in game erkauft haben erwirtschaftet haben oder die wir uns vielleicht mal auch so erkauft haben so gesehen können wir immer nur mit den sachen interagieren die wirklich auch auf der station sind die auf der station vorhanden sind oder die auf dem raumschiff sind oder die sachen die wir anhaben das ist also sehr begrenzt das physikalische eventuell sollte mit 3.15 losgehen mit 3.14 war es mal angedacht haben sie es nochmal verschoben auf 3.15 weil sie so gesehen nicht ganz so schnell fertig geworden sind mit der implementierung wird dann aber nachher schon kommen aber was ich ja schon gesagt hat der icash hat ja noch eine andere coole funktion und das ist nämlich auch die steuerung deines charakters oder deines raumschiffes wo du dich vielleicht gerade befindest und aufhält so gesehen wenn wir ja zum beispiel im standen system sind wir springen ja zum beispiel durch einen jump point durch in das system das merkt natürlich der icash dass sie durch das system durch springen wollen dann lädt der icash die ganzen sachen die wir physikalisch bei uns haben das raumschiff das ganze inventar vom raumschiff und uns natürlich selber rüber auf den anderen icash vom pyro system und dann befinden wir uns in der instanz pyro system auf den server mit den icash pyro auf den server wo wir dann natürlich ganz normal wieder interagieren können weil wir sind ja mit den sachen rüber gesprungen ins pyro system was wir physikalisch dabei haben und damit können wir interagieren aber was passiert jetzt wenn wir ein 30k haben ist natürlich auch eine sehr coole sache was hier die sich da überlegt hat auch wieder ein quality of life der uns sehr viel bringt wenn wir jetzt ein 30k haben dann merkt dass der icash server dass wir noch in einer pyro instanz sind und der icash server weiß genau was wir alles dabei hatten das ganze inventory die ganze frachteinheiten die wir hatten und schreibt das zurück ins backend das heißt der server schmiert ab der service icash merkt dass die instanz abschmiert nimmt die sachen schreibt die zurück ins backend system und die sachen sind weggespeichert im backend system wenn wir jetzt nach den 30k wieder einloggen weiß das backend was natürlich die abfrage macht der icash macht wieder die abfrage auf dem backend system jo wir sind im pyro system lädt die ganzen sachen wieder ein was wir vorher hatten so gesehen also unsere freelancer max mit den ganzen sachen die wir dabei haben mit den komponenten wie natürlich auch mit den frachteinheiten das ist natürlich ärgerlich so wie es jetzt manchmal ist dass du vielleicht tausende von credits an fracht verlierst das ist ja nicht mehr der fall bei der icash der zieht sich die daten wieder rein lädt die rein du hast dein raumschiff mit den ganzen inventory und mit den ganzen fracht sachen die du dabei hattest also ist es wieder alles da das ist natürlich schon sehr 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 geil so ist die gefahr natürlich viel viel kleiner dass du durch ein 30k deinen ganzen reichtum was du gerade eingekauft hast für deine fracht verlierst und genauso ist das natürlich mit dem terra system die können aber auch miteinander und untereinander sind die natürlich alles verbunden der icash das heißt kommt darauf an wo wir hinspringen wo uns reinladen oder was wir gerade machen kann der icash immer in der instanz das initialisieren und reinladen das heißt jede instanz jedes system wenn die das so aufbauen weiterhin hat jeder seinen eigenen icash das heißt wir haben nicht nur ein icash der für alles verantwortlich ist nein pro server pro instanz haben wir ein icash und die kommunizieren auch miteinander und übereinander wenn man das so sagen darf genau und so wird dann der server mesh immer weiter aufgebaut das kann man natürlich von von hundertstel nachher ins tausendstel weiter runter brechen aber das ist ein anderes thema wo wir mal ein andermal drüber rein gehen wenn wir nachher über das die substanschen und über das quantum nachher noch sprechen werden das machen wir jetzt nicht in dieser sendung das würde den rahmen sprengen aber das werden wir nachholen und dann gucken uns das an ich hoffe ich konnte euch das ein bisschen erklären wie das nachher funktioniert mit den icash mit dem physikalischen icash und wenn wir zum beispiel ins andere system rüber springen wie der icash das handhaben wird und wie die daten übertragen werden die wir physikalisch dabei haben wenn das system jetzt komplett implementiert ist und wann es reinkommt müssen wir abwarten das wird wahrscheinlich auch ein paar vision stufen geben das heißt wir werden das nicht gleich komplett so reinhauen ich kann mir vorstellen dass es die version 1 dass wir dann erstmal nur das physikalische inventory haben der nachher vielleicht die zweite vision dass wir dann auch nachher die raumschiffe haben mit den ganzen fächern drinnen wo wir nachher unterschiedliche rüstung mitnehmen können zum beispiel haben wir nachher unsere unsere karak in der karak haben wir unterschiedliche rüstung oder auch andersjutsch dabei dass wir dann eben für bestimmte sachen den richtigen andersjutsch dabei haben denkt daran es wird auch nachher die möglichkeit geben wenn wir nachher auf dem planeten sind brauchen wir vielleicht wenn es ein kalter planet ist brauchen wir ein kälteanzug ist es ein heißer planet brauchen wir hitzeanzug ist es ein planet der toxisch ist brauchen wir einen anzug gegen 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 gifte und so wird das natürlich alles weiter aufgebaut werden da bin ich auf jeden fall gespannt das heißt wahrscheinlich wird erstmal nur dein charakter physikalisch inventory da sein und später nachher mit deinen raumschiffen dass wir da das physikalische inventory haben ich denke mal das werden sie in etappen reinbringen und releasen so ihr lieben das war ein kleiner überblick einmal über den server mesh und über den e-cash wie die das wie ci das gerne aufbauen möchte ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja das gerne da oben da würde ich mich sehr sehr freuen unten über ein follow oder ein abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen auf youtube wenn ihr bock habt könnt ihr auch mal gerne in meiner live sendung vorbeischauen auf twitch tv fexi das werde ich mal alles in der video beschreibung unten verlinken ich bin fünfmal der woche für euch online mit dem thema star citizen montags mittwochs donnerstag freitag samstag bin ich immer da und sonntag wenn ihr bock habt kommt gerne mal vorbei können wir gerne mal zusammen schnacken über starst das ist oder wenn ihr fragen habt könnt ihr mich wirklich auch alles mögliche zu starst das sind fragen in der live sendung seid ihr immer herzlich willkommen kommt gerne vorbei freue ich mich sehr so jetzt habe ich auch erst mal genug gelabert viel viel spaß ich hoffe ihr habt noch einen schönen tag bis dann auf x tschüss ihr lieben